Da angreift war es das. Deswegen immer frontal rein und deswegen sollten die beiden Schilde hier vorne eigentlich auch genügend Schutz geben. So, jetzt habe ich hier noch zwei kleine Slots nach hinten. Da geben wir mal. So, Schutz nach hinten. Und dann wäre hier die Emissary fertig. Und ich würde sagen, das speichern wir so mal. Gucken wir mal, wie lange wir brauchen würden, das noch zu bauen. Zweifel der Abwehrkämpfer hier. Ja. 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 Ja komm, was sagt man, das sind blöde Schiff hier. Ja. 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 Wollen wir mal ein paar von denen hier 50 10 10 10 12 13 14 15 15 15 15 16 20 20 20 20 20 Auf jeden Fall hat dieses Schiff hier definitiv ein Antriebsvermögen, egal, gerade. Die Service ist gleich fertig. Ja, Baby! Ich glaube, da muss man richtig schrecklich machen. Da, was macht sie? Übernehmen wir die Steuerung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020